Okay, liebe Freunde, ihr schaut mir gerade zu, oder? Ja, natürlich schaut ihr mir gerade zu, ihr hört mir gerade zu. Ihr wisst doch, dass ich Patrice bin. Nee, wisst ihr nicht? Okay, Patrice, 186, Skorpion. Aber das ist nicht wichtig. Viel wichtiger, auch wenn der Titel heißt Make You Mine, müsste es bei euch heißen Make It Mine. Make It Yours, müsste ich euch denn sagen. Es geht um die neue Single von Andi und Adi an. Kaufen. Kaufen.